ja und damit herzlich willkommen zurück zu anno 1800 hier aus der klaus beta schön dass du eingeschaltet hast zweite folge wir sind noch ganz jung frisch unverdorben und noch in der produktion wir haben die nächste quest wir sollen unseren bestand von 80 einwohnern in dem fall farmern auf 100 erhöhen ich würde aber gerne erst noch mal weil wir es können ein paar fischies weil fischies kann man nie genug haben verstehst deswegen wenn wir hier noch eine angel stelle das ist ja nette junge mann im hintergrund insetzen das war das was ich sagen heute kommt das ungefähr hin ja das war ein langer weg aber egal gut wir sollen mehr einwohner das heißt wir müssen noch ein paar mal hinsetzen habe ich hier ein bisschen blöd hingesetzt in der letzten folge drehen bringt der onyx explorer machen wir die nächste straße direkt hier drunter straßen kann man nie genug haben musstet ihr merken so jetzt muss man natürlich ein bisschen warten no warehouse in range okay das hier habe ich zwischen den folgen abgerissen was wir in der letzten folge fälschlicherweise gebaut haben das braucht man da ja nicht okay ein warehouse es ist die frage welchen bereich deckt das ab aber ist egal wir setzen uns einfach mal jetzt hier oben oder war das der marketplace dem bestimmten bereich alles was grünes deckte ab oder was nicht früher so um randungen da konnte man dann sehen bis wo das was geht ich das nicht okay wir lassen es erst mal laufen schon hat er die hose nass weil ich gerne machen wir noch einen tacken weiter raus scrollen aber es geht derzeit nicht ich vielleicht kommt das später noch wie gesagt die close beta ist noch nicht das finale spiel was denn wie sieht es mit dem holz aus ja läuft die quest haben wir dann gleich auch beendet zwei fahren wir noch kommen da keine mehr muss ich noch eine hütte setzen okay happiness ist impact by many factors like access to luxury goods also glück ich sag mal glück äh glück hängt von vielen faktoren ab wir beginnen jetzt mit den luxusgütern oh gott jetzt schon leute ist doch noch viel zu früh was haben wir denn jetzt hier schnapps produziert schnapps dafür brauchen wir doch bestimmt getreidefelder oder sowas farmer warehouse holz fisch schnapps kommen wir mal rein Kann man aber noch nicht, ne? Oder bin ich doof? Ne, kann man bestimmt noch nicht. Ich kann doch keine Worte herstellen. Ein paar mal. Fischis, Aluhol. Aber die Kohle geht runter. Die Kohle geht runter. Die Farben können wir dann so hier Wolle gedönst, können wir dann hier machen, ne? Aber ich sehe es nicht. Oder müssen wir erst die Produktionsstätte für Kleider und dann... Ne. Geht doch noch gar nicht. Copy. Upgrade. Warten wir hier. Building Sorting. Da warten wir erst mal. Wir haben ja noch keine Quest. Oder? Modifikations. Game saved. Da macht er nichts. Okay. Game saved. Come on. Katraffnung braucht er da. Oh, I see another biscuit. Ja, wir können nichts machen. Was hat er hier? Moderner Park. Ein Pappen. Fire Station. Ja, ich ahne Böses. Können wir hier umstellen? Nö. Instruction Menü. Okay. World Map. Diplomatie. Routen. Oh Gott. Das... Da... Schiffsrouten. Ich erinnere mich. Waage. Okay, noch keine Quest. Warum nicht? Was? Wieso war die Lupe gerade da? Ja, das läuft alles, ne? Ich weiß aber noch nicht wohin, aber es läuft. Heute sind wir gleich full. Wir haben auch keine Alkohol produziert und keine Wolle. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Open is the overview of this production chain. Ja, sehr schön. Sheepfarm. Ah, okay. Jetzt hat der Explorer den Draht raus. Okay. Sorry. Ich baue alles direkt wieder im Übermaß. Man möge es mir verzeihen. So, die sind auch verbunden, ne? So. Ich hoffe, die Bäume stören nicht. Kann man die... Wahrscheinlich eher nicht. Was will er? Macht das weg. Kein Warehouse. Da ist doch ein... Warehouse. Reicht das nicht bis da unten? Oder braucht ihr einen Weg? Also, das wird eigentlich... Ich denke mal, der Weg ist das Problem. Sollen wir da nochmal einen Weg dran fransen? There'll be Pottles. So watch out. Okay. Ist auch egal, von wo der Weg kommt, ne? So, jetzt hat er was... Missing Farm Fields. Die Lande kann nur farmed, wenn es genug Feld gibt. Wir müssen sie planten. Okay, äh... Ja, so weit brauchen wir ja schon. Wo können wir denn jetzt Felder? Gott, Spiel. Ah, okay. Das. Okay. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. So geht das alles nicht. Gefahr, weh? Mhm. Aber hier hat er doch was hingesetzt. Okay, er ist auch glücklich, aber er nicht. Muss ich die Bäume abbeißen? Aber normalerweise pflanzt er das doch drüber, oder? Bin ich. Weißt du... Nein. Wie hat man das denn eben gemacht? Hier drauf geklickt? Wir setzen unsere Liebe in das. Chipfield 3. Klicke das Start-Comfort schon. Ich werde nicht sagen, dass ich es nicht möglich war. Wieso geht es jetzt? Wieso ging das eben nicht? Wieso will er es hier jetzt wieder nicht setzen? Weil wir nur drei pro... Kann man nur drei pro... Okay. Okay, da unten steht ja Modul Limit 3 von 3. Wir können ja später noch upgraden, ne? Da war ja sowas. Gebäude upgraden und so. Okay. Was machen die Pischis hier? Wenn ich in deine Menschenfüge schaue, sehe ich Probleme. Sicher, dass ihre Misere nicht ein Problem sein wird. Okay. Sie sind unglücklich. Aber wir fangen ja jetzt gerade erst an, Leute. Da kommen jetzt die Klamotten so langsam. Hoffe ich doch. Und nächstes Ziel wäre dann der Alu-Hool, ne? Dann sind sie garantiert alle glücklich, wenn der Sprit läuft. Aber wir produzieren ja jetzt keine Klamotten, ne? Wir haben nur Stoff. Mach das mal weg hier. Das wäre Produktionsstätte für Stoff, Kleidung. Da warten wir aber mal ein bisschen. Race Farmers Happiness 2 von 10. Wir sammeln erstmal hier ein bisschen an. Ja, ich weiß, man kann das Spiel auch jetzt schneller stellen. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. So viel produzieren die beiden jetzt hier aber auch nicht, ne? 2 von 10. 2 von 75. Ich increasee 2. Könnte man nicht noch zusätzliche... Wagen... bauen? Damit es schneller abgeholt wird alles? Ging doch auch, ne? Früher mal. Früher. Werhause... Äh... Wünsche... Äh... Marketplace... Da können wir es nicht, ne? Konsumerguts... Da können wir nur sortieren. Chip-Items... Trade-Union-Items... Harbor-Master-Items... Oh Gott, Town Hall. Okay. Na, vielleicht wird uns das Spiel noch... Darauf hinweisen. Was ist hier? Full-Output-Storage. Was ist denn da los, Freunde? Hier. Gingst du fest? Oder hat er... Ja, ist cool. Ja, da lässt er dich schon auf dem News-Paper. Okay, ja, hier können wir uns... Get some rest. It's going to be a long voyage. Fortschritte... aller Tageszeitungen. Ja, möchten wir... Sehen. Really entirely marvelous to meet you. And that we may show truth or... or anything actually in my... our... Broadsheet. Aha. Schnaps, ja. Ist auf dem Bäumse. Frankroth. Ibims. Is in the red. Ja, wir schreiben rote Zeilen. Ja, wir haben doch gerade erst... Oh Leute, das ist die zweite Folge. So, wir können das editieren. Wir können das publishen. Nein, wir machen erstmal nichts davon. Hat die Musik irgendwas zu sagen? Was sagt denn der Stoff hier? Zwölf. 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 Können wir doch... Kann man die... Wie kann man die deaktivieren? No space left here. Production. Production. No production. Time for a nap in the hay. So, die schläft jetzt. Essen haben wir genug. Ich hoffe, die sind jetzt mittlerweile vom Spiel her nicht so weit, dass die Sachen auch vergammeln können, wenn die da drunsten. Aber früher hat man ja die Fische irgendwie in Salzfässer gelegt, ne? Hier. Können da jetzt auch mal Leute. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Also nicht du da draußen, sondern die hier. Ja. Gut. Dann bauen wir mal dieses ominöse Gebäude. Setzen wir es hier hin. Setzen wir es hier hin. Game saved. Game saved. Game saved. Ich würde sagen... Ich will mir hier noch nichts verbauen. Ich meine... So. Gut. Als nächstes der Alk. Können wir... Das hier... Nee, können wir nicht. Schade. Früher konnte man planieren, weißt du. Ich bin immer so ein Typ, der planiert vorher alles. Und dann setzt er alles hin. Geht bestimmt jetzt auch. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Was ist da los? Missing Goods. Hat ja schon alles. Da kommen die Goods. Nee, da kommen sie nicht. Kann man da sehen, was die... Ja. Die haben sechs Goods. Goods to be here. Gut, dass sie hier bist. Aber da siehst du auch die Rute, die... Ah, okay. Der gelbe Strick. Nice. So, jetzt hat er wieder Goods. Jetzt müsste er sowas von zufrieden sein. Gut. Die Aluhol-Stätte. Kartoschkis brauchen wir. Da brauchen wir keinen Weizen. Da brauchen wir Kartoschkis. Ja, das stimmt eigentlich. Und dann müssen wir wieder drei Felder oder so drumherum bauen, ne? So. Wisst ihr? Potato Field. Aber... Hier, wir können so viele Felder setzen, wie wir wollen. Machen wir erst mal eins. Und ist da am Hafen los? Schlägerei oder so? Aber direkt die fette Kanone. Wir sind gerade hier angekommen, aber direkt zeigen hier, ich habe einen längsten, ne? So. Missing Farmfields. Was? Du hast Farmfields hier. Guck mal, wie viele Farmfields du hier hast. Oder will er da auch wieder so ein Strähschen drumherum haben? Ich meine, ich bin der optimale Straßenbauer. Aber ich könnte hier eigentlich nur Straßen bauen. Missing Farmfields. Was fehlt denn? We had to go to press. Was? Are those mountains moving? Also ich glaube, das läuft hier alles. Ich wüsste jetzt nicht. Wir warten mal. Vielleicht muss ja die erst ernten. 11 von 72 mit Potato. So viel? So viel? Echt? Ernsthaft? Okay. Kann man die, ne, kann man natürlich jetzt nicht hier drüber. Wie kann man den Weg abreißen? Ich weiß es nicht, aber das ist kein Problem, all die Gell. Nein, was habe ich? Nein. Mach das weg. Mach das. Demonstration. 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 Ich bin schon von. Ich weiß jetzt nicht, wie wir in den Modus reingekommen sind. So, er will also jetzt hier noch Felder haben, ne? Wir haben die Press geendet, ne? Happiness und so. Na? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob ich hier. Aber große Felder. Wie viel brauchst du denn nur noch, Kollege? Noch ne Lage hier. Ernsthaft? Was? Limit erreicht. What? Ach so. Gut. Stoff läuft, Alk läuft. Quest ist da eigentlich. Nein. Okay. So, Stoffi haben wir jetzt. Also Garn 26. Holz läuft auch. Fischis haben wir genug. Kartoschkis, ja. Die müssen wir jetzt erstmal jetzt hier, ne? Und Gedönse und so. Okay. Kohle geht weiter runter. Ich glaube, wir müssen direkt die Steuern erhöhen hier. Direkt volles Programm. Wie sieht's hier aus? Ach, zeigt er alles an? Okay, da hat er... Ach so. Die Teinsicht... Okay. Oder? Ist das jetzt ein Bug gewesen? Ich hab gedacht, hier wäre dann nur der Fisch drin. Aber der zeigt dann alles an. Von jedem Warenhaus. Okay. Gut. Ja. Äh, proceed into schnapps. Ja? Dann wird er auch bestimmt als nächstes den Pub haben, oder? Wir haben schon 160 Einwohner, oder? Das ging aber jetzt fix. Was sagt die Notifications? Game saved. Game saved. New Buildings have been unlocked. Gut. Wir sind auch schon wieder bei 23 Minuten. Aber die Samen machen wir hier einen Cut. Ich lasse das noch ein bisschen laufen. Noch ist ja alles im grünen Bereich. Ich meine, wir gehen zwar mit der Kohle runter, aber das wird sich ja dann natürlich nachher irgendwann mal einpendeln. Ja, wenn das hier mit dem Stoff läuft und mit dem Alk und was weiß ich, was da noch alles kommt und Kneipe und so. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye-bye und ciao, ciao.